Ja, wie werden Menschen durch ständige Lockdowns zum gewünschten Ziel hingeführt? Was wir hier unten links sehen, ist ein sogenannter Lockdown-Tunnel. Er wurde konzipiert und angelegt von unserer Regierung, natürlich zu unser aller Schutz, Schutz vor Corona. Hier oben links ist der Lockdown-Start, der sogenannte Eingang zum Tunnel, den wir jetzt alle zu durchschreiten haben. Diese Röhre, diesen Tunnel zeichnet auch aus. Da gibt es an der Seite, und das übersieht man sehr schnell, einen Rußgang. Einen, ja, nennen wir es mal Notausgang. Aber der ist natürlich verschlossen. Nur, er würde sofort geöffnet werden, sobald es in der Bevölkerung zu unüberschaubaren Unruhen und Protesten käme. So auf die Tour, macht euren Scheiß alleine, wir machen den Mist nicht mehr mit. Schaut doch mal bitte auf die Zahlen, seid ihr denn verrückt geworden? Also, dann würde natürlich dieses Tor hier geöffnet werden, denn eine Regierung, die ein solches Konzept hier vorlegt, Menschen solche Beschränkungen auferlegt, riskiert natürlich Kopf und Kragen. Und da muss man jederzeit in der Lage sein, die Menschen auch wieder in die Freiheit zu entlassen. Dieses Ventil, oder diese Öffnung, die wird uns im Verlauf des Clips immer wieder auffallen. Gehen wir aber mal weiter. Hier wird nichts geöffnet. Wir müssen weiter durch die Röhre. Viele soziale Kontakte brechen weg. So mancher Selbstständige verliert eben halt seine Selbstständigkeit. Aber das muss man in Kauf nehmen. Es gibt ja wesentlich Wichtiges. Die Gesundheit steht auf dem Spiel. Und es wäre ja unverantwortlich, doch Geschäfte offen zu lassen, wodurch dann viele Menschen auch sterben würden. Also, wir schreiten einmal weiter durch die Röhre. Und es wird ja schon am Ende des Tunnels irgendwann mal ein Licht erscheinen, sodass wir merken, es hat sich alles gelohnt. Und, oh, ich sehe gerade, da ist ja auch schon eins. Da ist ja auch schon eins. Wunderbar. Also, das Ganze hat sich tatsächlich gelohnt. Wir können jetzt ab in die Freiheit. In die Freiheit. In die Freiheit. Oh, schade, schade. Oh, da haben sich sicher etliche Licht an die Auflagen gehalten. Oh, ich sehe aber schon wieder Licht am Ende des Tunnels. Ich sehe wieder Licht. Ja, da hat sich das Abwarten doch gelohnt. Oh, schade, schade. Es ist leichter zuzumachen, als zu öffnen. Ja, da ist natürlich eine Mutation aufgetaucht, mit der nun wirklich keiner rechnen konnte. Ich sehe aber schon wieder Licht am Ende des Tunnels. Licht am Ende des Tunnels. Da sollten wir uns mal sputen. Es ist leichter zuzumachen, als zu öffnen. Ja, die Mutation, der Mutation, der Mutation, da konnte auch keiner mehr mit rechnen. Aber es ist ja wieder Licht zu sehen und ewig kann das hier jetzt nicht mehr gehen. Es ist leichter zuzumachen, als zu öffnen. Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das muss doch mal irgendwann zu Ende sein, oder nicht? Was ist denn hier los? Und dieser Weg wiederum, so mühsam und so ermüdend er auch ist, hat vielen Menschen das Leben gerettet. Ich möchte Sie bitten, meiner Arbeit weiter zu folgen. Es gibt neue und nicht besonders gute Nachrichten, die uns empfangen aus den Hinterzimmern der Bundesregierung. Und die deuten auf eine frühere und noch weitere Verschärfung des Lockdowns hin am 20. Jahr. Oh, schade, schade. Oh, schade, 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 Vielen Dank.